Daniel Radcliffe wird Vater Seit 2014 sind der Harry Potter-Star und Schauspielerin Erin Dark ein Paar. Ihr Privat- und Liebesleben halten die beiden so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Doch aufmerksame Paparazzi erwischen die Good Girls Revolt-Darstellerin mit einem Babybauch. Und tatsächlich, die schönen Neuigkeiten sind bestätigt. Der 33-Jährige und seine Partnerin erwarten ihren ersten Nachwuchs. Das verkündet ein Insider des Paars. Daniel und Erin könnten nicht glücklicher sein. Sie sind völlig außer sich, dass sie bald eine Familie sein werden. Der Schauspieler soll sich schon immer eine eigene Familie wünschen. Somit geht für Daniel sein Kinderwunsch in Erfüllung. Und auf ihn und Erin kommen aufregende Zeiten zu.